Die Integrationswerkstätten Niederlausitz bieten ein breites Spektrum an hochwertigen Bauelementen für Kunden aus unterschiedlichen Bereichen an. An unserem Standort Lauchhammer produzieren unsere Mitarbeiter die verschiedensten Bauelemente aus unterschiedlichsten Materialien auf Basis des aktuellsten Stand der Technik. Von Fenstern und Türen aus Aluminium oder Kunststoff oder das beliebte Alu-Clip-System über Insekten- und Sonnenschutz, Markisen, elektronisch oder manuell und Rollläden bis hin zu Wintergärten, Zäunen aus Aluminium oder Kunststoff und Fassadenverkleidungen, Sitzbänke oder Garderoben finden Sie bei uns ein vielfältiges Angebot. Qualität ist unser oberstes Gebot. Sorgfältig ausgewählte Materialien sind Garant für unsere langlebigen, stabilen und verwitterungssicheren Systeme. Dank modernster Technik können alle aktuellen Anforderungen hinsichtlich Wärme- und Schallschutz erfüllt werden. Als Zubehör sind verschiedene Optionen wie zum Beispiel Wind-, Sonnen- und Regensensoren für Sicht- und Schutzprodukte sinnvoll. Individuelle und kompetente Beratung vor Ort und maßgenaue Fertigung nach Ihren Wünschen garantieren die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte. Überzeugen auch Sie sich von unserer Zuverlässigkeit und unserer Qualitätsarbeit.